Hup, geht das? Ne. Dachte ich mir mal cool, aber dann, naja. Nein. Ähm. Gehst du, kletterst du da? Was soll denn das? Ach, unser Mann, jetzt geh da rüber. Äh. Sehr gerne, sehr gerne, aber dafür muss ich jetzt erstmal meine Muni wieder auffüllen hier. Das geht ja gar nicht. Hier? Ja. Ja, bitte. Ich dachte, du hast auf zu quatschen, wenn ich deinen Vater räche, aber da habe ich mich wahrscheinlich vertan. Wir haben immer noch eine Mille plus. Ah. Ja, bitte, gern geschehen. Genau. Milga werden zurückkommen. Und dann wird mein Vater lächelnd herablicken und ihre Seelen segnen. Ja. Hier drüben. Was? Nur wegen dir konnten wir den Außenposten halten. Ach so. Wo bist du denn? Moment, warte ich mein Leben lang. Hier? Hey Jay, schön dich... Ich hätte nicht gedacht, dass wir das überstehen. Das hast du dir verdient. Oh, danke schön. So. Jetzt aber bitte hier mal zum Turme. Und darf ich mir dieses Gefährt hier ausleihen? Äh. Ups. So, ein Adler. Ja, ein Adler. Meine Güte. Jetzt haben wir was mitgeschützt. Das ist gut. So, darf ich denn jetzt mal bitte da hochfahren? Oh, oh. Warte mal. Bewego, los. Äh. Na, das war doch mal Präzision, oder? So, jetzt muss man den noch losbinden. So. Und die Tröten da rechts haben wir überhaupt nicht gemerkt, was abgeht hier. Hihi. So, jetzt fahren wir aber mal weiter zum Turm. Hier kommt es ja keine drei Meter ohne, dass irgendjemand ein irgendein Problem hat oder irgendein Vieh angreift oder was. Weiß ich. Meine Güte. Ähm. So, ich glaube, hier gehe ich mal lieber raus. Hoffentlich ist hier niemand. Es folgt eine Anführung für das Imperium für Öffentlichkeitsarbeit und soziale Harmonie. Das sieht noch gut aus. Ich glaube, hier ist niemand. Oh, doch. Hallo. Äh. Was hast du denn? Ich gehe mal lieber rein. So. Jetzt sollten wir schon mal vor Tieren sicher sein. Ach Leute, echt jetzt. Na geil. Genau. Vor Adlern einfach ins Gebäude gehen. Da solltet ihr sicher sein. Gute Idee. Macht leider nicht jeder hier. Jetzt. Kletter da jetzt hoch. Äh. Aha. Geht doch. So. Jetzt müssen wir außenrum, wie es aussieht. Entfolgt eine Ankündigung des Ministeriums für Öffentlichkeitsarbeit und soziale Haufen. Glaubst du nicht den Jungen, den den goldenen Faden abreißen. So. Aha. Ja, dann lauf da weg, du alte Tröte. Meine Güte. Äh. 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 Da geht es auf jeden Fall schon mal eine Etage noch höher. Aber wo geht es denn hier höher? Ähm. Hier sieht es so aus, als würde es hier irgendwie hochgehen. Aber. Dann auch wieder nicht. Okay. Von hier aus. Sind wir mehr oder weniger reingekommen. Ach du Scheiße. Ah. Huh. Ich dachte schon, wir müssen springen. Aber. Ein gut platzierter Balken hat dies verhindert. Was ist jetzt hier so rum? Ja. Tatsache. Die Zukunft von Kürat liegt auf Ihren Schultern. Ihre Entscheidungen bestimmen den Weg dieses großartiges und mächtiges Landes. Ähm. Stehen Sie hinter Paganin und unterstützen Sie die Royal Army. Machen Sie Kürat stark im Angesicht des Freizeit. Wir gepagern Ihnen pflichtig die alle Verkaufs. Ne. Wo muss ich denn dann hin? Bloß nicht hier irgendwie Scheiße bauen. Von da komme ich doch. Ne. Genau. Ähm. Ah. Doch. Warte. So. Ja. Ein bisschen fieser der Turm hier. Ne. Mit diesen ganzen Holzlatten und so. Aber jetzt sollten wir... Uah. Ein Vogel. So. Pass auf. Und. Schnauze. Klatsch. Glockenturm befreit. Action Sequenz. Und. Jankri Ashram. Gefahrensprint. Oh. Kalinak. Der Suchende. Mit viel Geballer. Yeah. Erfolg freigeschaltet. Sendeschluss. Nice. Kostenlos an Handelsposten. Was war's? Ist das nicht das Ding, was wir sowieso schon haben? So. Es sollten sich ein paar Quests eröffnet haben. Hier haben es nicht. Was? Nicht? Strange. Okay. Ähm. Dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter nach. Ähm. Bagadour. Nur ist Festung. Jetzt ist es Zeit zurückzuschlagen. Die befindet sich... Ne. Das ist Willis. Die befindet sich... Ähm. Da hinten. Ähm. Wir erreichen jetzt fast die Hälfte des Landes. Dank dir. Bald kann man die Wahrheit nicht mehr einfach ignorieren. Äh. Ja. So. Warte mal. Jetzt will ich mal was ausprobieren. Ihr ahnt es schon. Und es wird wahrscheinlich elendig enden. Aber... Chironimo. Ne. Es ging. Erstaunlicherweise ging es. Und erstaunlicherweise sogar sehr gut. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich da irgendwie... ...möglichst elegant... ...hier so in den Bäumen landen kann. ...hier so in den Bäumen landen kann. Oh oh. Wow. Und ab ins Gebüsch. Nicht schlecht, oder? Nicht schlecht. Das ist auf jeden Fall... Das ist doch die Festung, ne? Das muss sie sein, ja. So, jetzt schauen wir uns das mal an. Da oben sehe ich doch auch schon wieder hier... Aha. Das ist so wohl. Da ist ein Scharfschütze. Aber ansonsten... ...sieht das echt ruhig aus. Soll ich den von hier wegbratzen? Oder können wir... Oder können wir da... ...durchs Tor marschieren? Zwei Alarme übrig. Ach du Kacke. Okay, pass up. Diese Festung infiltrieren wir gleich, nachdem ich ein Päuschen gemacht habe. Also, bis gleich. Soddele. Ähm... Wie komme ich denn jetzt... Ich bin mir noch unsicher, wegen dem Typen da oben. Okay. Oh. Fuck. Siehste? Genau das habe ich befürchtet. Schickes Bild. Ähm... 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 Das, darauf kannst du wetten. Oh, denn ist ein Dicker. Ähm... Unter mir ist noch einer. Wenn ich das wüsste, wo die Alarme sind. Oh, 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 oh. Ähm... Was? Wer sieht denn mich hier? Der da oben. Shit. Oh, shit. Ich werde mich retten. So. Kriege ich denn bei dem da unten? Das ist ja ein Dicker. Da kriege ich doch mit Sicherheit keinen Takedown von ihr aus hin. Wenn ich jetzt Lärm mache, dann sieht der mich. Da hinten ist auch noch irgendwo einer versteckt. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Komm raus. Komm raus. Ähm... Er geht da lang. Den könnte ich mit dem Takedown mit einem One-Hit ausschalten. So, ich geh mal runter. Ähm... Ich probier's mal. Oder auch nicht. Kommt der runter? Nee. Wah. Komm ich hier irgendwo hoch? Klettern. Da könnte ich hochkommen und ich habe Deckung. Sehr gut. Ich schreie halt noch ein bisschen lauter. Jetzt sind wir zumindest schon mal dran. Typ, willst du dich nicht bewegen? Ich könnte ja mal versuchen. Was ist das denn? Tja. Oh. Wah. Okay. Das hat geklappt. Jetzt müssen wir aber nur aufpassen. Mindestens einer war hier nämlich noch. Da sind sogar noch zwei. Und die Alarme? Doch, da hinten sind die Alarme. Ah, komm ich hier hoch? Ja. Okay. Muss halt gucken, ob hier noch irgendwie... Scheiße, scheiße, scheiße. Siehst du wohl? Da oben. Krieg ich den hier so irgendwie? Jo, den krieg ich. Ah, wie schalte ich den denn aus? Das glaube ich nicht. Fähigkeiten, sehr schön. Wo sind die Alarme? Da. Okay. Alarme sind erledigt. Jetzt haben wir nur noch ihn. Der weiß genau, wo wir sind, oder? Ja. Heul doch. Das wirst du aber nicht den ganzen Tag machen. Das kann ich dir jetzt schon mal versprechen. Oh. Wieso? 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 Ich bin armselig. Warum? Ah, der ist nicht doof. Guck mal. Du bist so tot. Du weißt es nur noch nicht. Versteck dich ruhig. Du zögerst es nur hinaus. Sag mal. Der ist echt nicht dumm, der Typ. Machen wir es halt so. Was soll man denn da lange hin und her? Ein Zeichen der Stärke. Naja. Bagadour. Festung eingenommen. Sehr schön. So. Was haben wir denn jetzt hier? Natürlich neue Quests. Neue Aktivitäten. Jawohl, ja. Und zwar da unten. Aber was wir plündern können, plündern war. Und ansonsten können wir uns mal so ein bisschen umgucken hier. Hier hätten wir auch super nach oben gekonnt. Du hast eine Festung erobert und nur erledigt? Hm. Ich gebe zu. Ich bin sehr beeindruckt. Naja. Die Hälfte der Festungen gehört jetzt uns. Das schenkt Pargans Möglichkeiten für Gegenangriffe drastisch ein. Naja. Na dann. Das ist doch grandios. Fabelhaft. Fabelhaft hastisch. Nein. Ich loote mal noch ein wenig. Und ähm. Da war noch so irgendeine Art Höhleneingang hier links. Da will ich auch mal reingucken. So. Ähm. Was ist denn das hier? Kann das was? Klettern. Oh. Ach, das wäre noch so eine Backdoor gewesen anscheinend, ne? Ah. Interessant, uah. Art Law. Okay, dann gucken wir uns mal die Quest an. Oder ist das, ist das aber, das ist eine Geiselbefreiung, ne? Was ist der denn? Blablub. Achso. Äh. Ja. Wenn es um Arena-Kämpfe geht, kann es gar nicht genug Frischfleisch geben. Die Royal Army hat Geiseln genommen und zwingt sie, für die Arena zu trainieren. Befreie die Geiseln, bevor sie in die Arena gescheckt werden. Machen wir. Die haben meine Freunde als Geiseln. Du musst sie retten. Ich kümmere dich. Wie läuft's? Gut. Och, ja. So, ne? Wir können aber auch mal wieder hier... Ja, ja. Patsch. So, guck mal. Immer noch über eine Million. Das ist sehr gut. Erreiche die Geiseln. Das werden wir bestimmt schaffen. Was dann passiert, weiß ich allerdings nicht. So, mal mit dem Dings dahin können wir eigentlich, ne? Hier mit dem... Das stinkt ja in die Peste. So. Wah. So, so easy going. Okay, da hinten sind die Geiseln. Wah. Kann ich die... Oh. Ich geh mal hier runter. Weil... Äh. Aua. Bin ich jetzt mit dem Arsch in die Rotorblätter gekommen? Unangenehme Erfahrung, dieses. Ähm. So, wir haben vier Geiseln. Nein, auch nein. Geiseln. Ich liebe, Geiseln. Ja, nichts. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. еюсь, die Augen ist da niedete, Ich bin doch irgendwie in der Tour de 말씀이 loaded. Ich bin impersonjer. Ich bin jetzt aufhörd能. Ich bin immer noch nicht Songs. Ich bin... Vielen Dank.